Also ich bin weder ein Karikaturist oder ein Kartonist, nur ein Comic-Zeichner. Aber das ist jetzt so, wo man sagt, das hat jetzt einen Wiedererkennungspekt, ja, das ist ja klein. Von der Bildsprache her, von dieser minimalistischen Comic-Sprache, das ist ja nicht unwesentlich. Ich meine, im Prinzip ist ein Witz dazu da, um uns zu helfen, mit einer kaputten Welt fertig zu werden oder mit Unheil aller Art. Ich habe eigentlich den Kosten meines Lebens damit verbraucht, meinen Auftrag geben zu erklären, was Humor ist. Bei den Zeichnungen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es schon ganz wichtig ist, sehr viel von sich selber herzugeben. Das heißt, ich habe also sehr viel Privates in meinen Zeichnungen. Es ist oft, wenn ich sehr persönliche Sachen, da kann es sein, dass das auch andere Leute berührt. Das heißt, ich bin sehr48. Ich werde aber jetzt auch in meinen Zeichnungen auf àen sofern. Ich bin irgendwie schon mal. Ich habe auch einen Arzt.